Hallo ihr Lieben, seit drei Tagen gehen unsere sechs Klässler wieder zur Schule. Und heute haben wir uns gefragt, was hat euch eigentlich am meisten gefehlt? Und was würdet ihr machen, wenn auf einmal alles wieder ganz normal wäre, so wie vor der Corona-Krise? Mal schaut mal, was eure Mitschüler geantwortet haben. Viel Spaß! Was fehlte dir am meisten? Mir fehlte am meisten meine Freunde, meine Familie. Und, ja, dass man halt nichts unternehmen konnte, richtig, wie jetzt Eis essen oder so. Was würdest du als erstes machen, wenn alles wieder erlaubt wäre? Mich mit meiner Familie treffen, spazieren gehen, Eis essen oder vielleicht auch mit meinen Freunden treffen. Ich danke dir. Was fehlte dir am meisten? Meine Familie und meine Freunde. Was würdest du als erstes machen, wenn alles wieder erlaubt wäre? Eis essen gehen, sie besuchen, schwimmen gehen, ins Kino gehen. Alles, was man so machen kann, das man jetzt nicht machen kann. Super, danke. Was fehlte dir am meisten? Meine Freunde, meine Familie und der Urlaub. Was würdest du als erstes machen, wenn alles wieder erlaubt wäre? Mit meinen Freunden treffen und in den Urlaub liegen. Was fehlte dir am meisten? Mir fehlte meine Freunde, also die Freizeit, die Schwimmbäder, das Jump House, also alle Freizeitaktivitäten. Und was würdest du als erstes machen, wenn alles wieder erlaubt wäre? Ich würde in den Urlaub fliegen, mich mit meiner Familie treffen, Jump House gehen, ins Kino gehen, in den Schwimmhaar zählen. Was fehlte dir am meisten? Mir fehlte am meisten meine Freunde und das Schwimmbad. Und was würdest du als erstes machen, wenn alles wieder erlaubt wäre? Also ich würde als erstes mich wieder mit meinen Freunden treffen und ins Schwimmbad gehen und wieder überall herumspringen. Was fehlte dir am meisten? Meine Familie und meine Freunde. Was würdest du als erstes machen, wenn alles wieder erlaubt wäre? Ich würde sofort ins Kino. Was hat dir am meisten gefehlt? Also mich mit meinen Freunden zu treffen und halt die Sportaktivitäten in den Vereinen. Und was würdest du machen, oder was würdest du als erstes machen, wenn wieder alles erlaubt wäre? Ich würde gerne wieder mit meiner Familie verreisen, mich wieder mit Freunden treffen und ja. Was hat dir am meisten gefehlt? Meine Freunde und der Sport. Und was würdest du als erstes machen, wenn sofort wieder alles erlaubt wäre? Sport machen und Freunde treffen.